Servus meine Lieben! Ja, heute mal so ein kleines Thema, was, ich sag mal, das Sparen, das Warten und Angebote betrifft. Ja, also Leute, wir müssen da einfach auch mal ganz ehrlich sein. Immer weiter auf noch ein besseres Angebot zu warten, muss man auch immer ein bisschen entgegensetzen gegen das, was man dadurch vielleicht verliert. Ja, natürlich, wenn ich mir jetzt ein neues Handy holen möchte oder sowas, warte ich auch auf eine Black Week oder auf ähnliches und gucke einfach, ob ich es da günstiger kriege, wenn es nicht gerade akut ist. Ja, aber ich warte nicht ständig, oh, jetzt im März, ich warte mal noch auf April, oh, ich warte mal noch auf Mai, oh, ich gucke mal, ob da ein Angebot besser wird. Leute, also da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Nehmen wir jetzt, wie gesagt, ich mache es halt für Hühler, ich nehme jetzt auch den Hühler als Beispiel. Ich denke, das wollt ihr, wenn auch, hören. Ganz im Ernst, immer wieder darauf zu warten, dass noch ein besseres Angebot kommt, kostet euch mehr Geld, als ihr euch bei diesem Angebot spart. Denn, erst mal, angenommen, ihr wartet jetzt seit, nehmen wir mal drei Monate, ja, nehmen wir mal drei Monate. In den drei Monaten, arbeitet, äh, arbeitet, in den drei Monaten atmet ihr immer noch Milbenscheiße und den ganzen Dreck zu Hause ein. Es ist einfach so, ja, tut mir leid, wenn ich das so offen und ehrlich sagen muss, aber dieses Drumherum-Geräte bringt doch gar keinem was, ne. Das atmet ihr halt einfach ein, Fakt, den Belag habt ihr morgens auf den Zähnen, wenn ihr aufsteht, Fakt, es ist einfach so, ja. Das zweite ist, ihr müsst ja mit irgendetwas arbeiten, wenn ihr den Hühler noch nicht zu Hause habt, mit irgendeinem Gerät. Also wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, arbeitet ihr dann immer noch mit einem Filtersystem, ja. Ja, ähm, das kostet euch die ganze Zeit ein Schweinegeld, Leute. Ey, ohne Spaß, ne, rechnet das doch mal dagegen. Es geht doch nicht nur um die, wie gesagt, die Filter, die ihr eigentlich jedes Mal tauschen müsstet, die euch richtig Geld kosten. Ja, und jetzt zu sagen, ich tausche die Filter halt nicht, ja, da setzen wir halt wieder Geld gegen Gesundheit. Also, da müsst ihr für euch natürlich entscheiden, was für euch wichtiger ist. Aber eigentlich, ähm, sollte es doch auf der Hand liegen, oder? Ja, und seid halt mal ehrlich, ähm, Filter kosten euch permanent Geld. Wenn ihr sie nicht permanent tauscht nach jedem Sauggang, dann gammelt es, gärt es und schimmelt es da drinne. Weil ihr saugt immer wieder, immer wieder eure Wohnung, euer Haus, was auch immer. Ihr habt immer wieder Hautschuppen da drinne, Haare da drinne, Essensreste da drinne, ähm, Sand, vielleicht ein bisschen Erde, je nachdem, ob ihr mit den Schuhen da durchlauft, ja. Ihr habt, äh, vielleicht mal ein paar Blätter von den Pflanzen, die runtergefallen sind, eine tote Fliege oder eine Spinne oder auch was Lebendiges da drinne. Leute, das ist alles organisches Material, das anfängt zu gern zu schimmeln und zu verwesen, ja. Das heißt also, wenn ihr aufgrund des Sparens eure Beutel und eure Filter nicht tauscht, ja, dann gärt es, schimmelt es und verwest es da drinne. Das ist halt Punkt, Ende, gebt es bei YouTube, bei Google ein und lest mal, was in so Staubsaugerbeuteln passiert und was das Giftige da dran ist. Also ihr braucht doch nochmal nachlesen, ja. Und jetzt zu sagen, oh, ich habe einen beutellosen Staubsauger, ja, auch der hat Filter und, ähm, mal ganz im Ernst, jedes Gerät hat drei Filter. Auch diese beutellosen Dinge haben irgendwo, irgendwas muss ja da sein, damit der Dreck nicht durchrauscht in dem Motor. So, da muss irgendwas sein, was den Dreck in dem Fangbehälter hält. Das ist ein Filter, das ist ein siebenfeines Stahlgeflecht, was auch immer, ja, ähm, und da geht was durch. Deswegen gibt es einen Motorschutzfilter und der hält auch nicht alles auf. Deswegen gibt es einen Mikro- oder HEPA-Filter am Ende, bevor das Ganze wieder aus die Raumluft geht, äh, in die Raumluft geht. Also Nummer eins hält es nicht auf, Nummer zwei hält es nicht auf und Nummer drei reißt es jetzt raus. Ehrlich, wirklich, weiß ich nicht, ernsthaft, ja, ähm, bei Beuteln natürlich genau das gleiche. Der Beutel hält es nicht alles auf, deswegen gibt es den Motorschutzfilter und den Mikro- oder HEPA-Filter, wo es hinten rausgeht. Also dreimal dieselbe Technologie, die schon mal am ersten Mal nicht funktioniert hat. Punkt. Ähm, macht euch selber Gedanken drüber. Wie gesagt, es ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt, bitte vergiftet euch. Äh, aber ich denke, das sollte klar sein, ja, dass das nicht funktionieren kann. So, und das nächste ist ja, ähm, nicht nur, dass ihr euch damit selber belügt. Ihr belügt euch damit selbst, ja. Dann habe ich ja schon so tolle Einfälle gehabt mit, oh, ich mache Waschpulver in meine Tüte rein oder in meinen Beutel, dann stinkt mein Gerät nicht so. Dann sauge ich ein bisschen Waschpulver auf. Ernsthaft? Ihr saugt ein feines Pulver auf. Ein feines Pulver, was noch schneller, äh, die Poren verstopft, weil es ja fein ist und in die feinen Poren und es noch mehr zusetzt. Das ist ja, also, ma hallo, ja, das ist ja, äh, wie wenn ich sage, hey, cool, guck mal, ich habe hier jetzt ein Sieb, ne, und in das Sieb, ja, da haue ich jetzt Sand rein. Ja, und da wundere ich mich, oh, Mensch, es geht immer schlechter durch das Wasser, durch das Sieb, ja, weil der Sand setzt sich ja vor die Öffnungen von dem Sieb, wenn er nicht durchgeht. Und somit dauert es immer länger und immer länger, bis das Wasser, also es verstopft doch, also es muss doch jedem klar sein, was muss ich hier so ein Beispiel bringen? Überlegt mal, ja, dass ich, dass ich mir schon solche Gedanken mache, ist schon krass, oder? Ähm, also, ja, weiß ich nicht, wer auf solche Ideen kommt, tut mir leid, also, welchen Grund hat es denn, dass man das da reinmacht? Weil es stinkt. Ah, warum stinkt's? Warum stinkt's? Warum macht ihr Waschpulver da rein? Warum stinkt es? Weil's da drinne gärt, schimmelt und verwest und die Milben scheißen euch die Dinger voll, die scheißen euch die Filter voll und die Geräte und deswegen stinkt es. Und das übertüncht ihr jetzt entweder mit einem Duftstäbchen oder mit Waschpulver oder ähnlichem. Ah, okay, also, weil ihr jetzt denkt, ihr übertüncht den Duft, ist ja auch gleich, sind die Schadstoffe und ist das auch weg? Ganz im Ernst. Leute, überlegt mal, denkt mal wirklich ernsthaft über solche Aussagen nach. Ja? Äh, das Kacke im Klo. Oh, das Klo stinkt. Hm, aber statt runterspülen, tröpfel ich einfach ein bisschen Zitrone drüber, dann riecht's halt nicht mehr. Die Kacke ist doch trotzdem noch da. Die Scheiße liegt doch trotzdem da noch im Klo. Ja? Also spül ich doch. Mach's doch weg. Ja? Oh, mein Mülleimer stinkt. Was macht ihr, wenn euer Mülleimer stinkt? Ihr bringt den raus, weil er stinkt. Ja? Ihr kippt doch da nicht irgendein Öl oder irgendwas drauf und lasst den Müll da weiter vor sich hingammeln, damit eure ganze Wohnung stinkt. Und sagt dann, ja, hm, aber es riecht halt nicht mehr, ne? Schimmelsporen, alles fliegt hier rum, aber hauptsächlich riecht's nicht mehr. Ernsthaft? Bei so einem Gerät genau das Gleiche. Und wenn ihr sagt, nein, ist es nicht, dann belügt ihr euch selbst. Punkt. Aus. Ende. Ja? Das ist es. Genau das. Ähm, aber unabhängig davon, dass ihr euch vergiftet. So, jetzt, ähm, wechselt ihr jedes Mal die Filter, kostet euch das richtig Geld. In drei Monaten. Was saugt ihr? Dreimal die Woche. Der billigste Filter kostet, die billigste Tüte kostet, glaube ich, 1,69, also 1,70. Äh, die billigsten Filter 65 Cent als Stück. Ihr braucht aber zwei, sind 1,30. Ja, wollen wir mal aufrunden. Ja? Ähm, bei, wie gesagt, auf 1,69, rechnen wir auf 1,70. Sind 1,70 plus 65 plus 65 sind wir bei 3 Euro pro Sauggang. Dreimal die Woche sind 9 Euro. Ja? Bei vier Wochen, ja, sind wir also schon bei 36 Euro. Und dann das Ganze eben nochmal mal 3 sind wir bei 90, bei 100, 12, bei 100, bei 108 Euro. 108 Euro. Drei Monate warten, damit ich mir vielleicht, vielleicht das Fensterwischset dazu kriege, was mich 109 kostet. Dafür habe ich aber 108 Euro an Filtern ausgegeben. Gutes Geschäft. Gutes Geschäft. Ja, das ist noch nicht alles. Jetzt, ähm, hat euer Gerät ja eine gewisse Watzahl an Leistung. Und die meisten haben mehr als der Hühler. Die kosten also auch mehr Strom. Ja? Kostet euch der Strom also auch mehr Geld? Sind zwar auch nur Centbeträge, aber läppert sich. Ja? Läppert sich. Muss man auch dagegen rechnen. Ja? Ähm, also ich weiß nicht. Ich denke einfach, dass dieses Argument, ich warte immer auf noch ein besseres Angebot, um noch ein bisschen mehr abzustauben und, und, und. Ähm, und setzt dafür meine Gesundheit aufs Spiel. Halte ich für fragwürdig. Ja? Also, mal eine Woche zu warten, oder vielleicht noch zwei, oder wie gesagt, ne, bei, dass man sagt, Mensch, es ist jetzt kurz vor der Black Week und ich warte mal kurz eben auf die Black Week, ähm, die drei, vier Wochen. Kann ich ja noch verstehen. Aber das immer wieder aufschieben, so, oh, naja, vielleicht gibt's noch was Besseres wie einer Black Week und vielleicht gibt's dann noch was Besseres als das und noch was Besseres als das und noch was Besseres als das. Leute, ganz im Ernst, bei mir ist jedes Mal Black Week, wenn ich zu euch nach Hause komme. Ehrlich. Ladet mich ein, holt mich zu einer Vorführung nach Hause, könnt ihr, mehr Geld könnt ihr gar nicht sparen, wie bei mir. Ja? Ist so. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu arbeiten, ich schenke euch alles. Ohne Spaß, glaubt ihr nicht, ist, denke, ist ein Witz, ist kein Witz. Ladet mich zu euch nach Hause ein, bucht euch eine kostenlose Vorführung und dann erkläre ich euch das Ganze. Ja? Ihr könnt, bei mir ist immer Black Week. Immer. Ihr braucht nicht auf eine warten. Ja? Ich glaube, das müsst ihr, das müssen die meisten Leute erstmal verstehen. Ja? Und, ja, was ist euch wichtiger? Eure Gesundheit oder euer Geldbeutel? Ich weiß, es ist beides wichtig. Ja? Auch mir ist beides wichtig. Aber ihr müsst doch mal entscheiden, was wichtiger ist. Und vor allen Dingen nicht nur, was wichtiger ist, sondern ihr müsst ja mal auch dagegen rechnen. Ihr holt euch heute den Hühler. Heute den Hühler. Anstatt noch ein Jahr drauf zu warten. Ja? Und jetzt rechnet mal dagegen. Ihr habt ein Jahr, wo ihr mehr Strom aus der Steckdose zieht mit den herkömmlichen Geräten, die ja dann auch noch, wo die Filter immer wieder verstopfen, die ja dann zwar immer noch den Strom aus der Leistung ziehen, aber die Leistung eben nicht mehr bringen, weil so viel Luft geht ja eben nicht mehr durch die Filter. Habe ich aber auch schon mal erklärt. Ja? Das heißt also, ihr bezahlt dauerhaft Strom für etwas oder für eine Leistung, die ihr ja nicht bekommt. Ihr bezahlt also das Geld sogar noch umsonst. Das ist die Definition. Da müssen wir auch ganz klar sein. Wenn ich Geld für etwas bezahle, erwarte ich eine gewisse Leistung. Und wenn diese Leistung nicht erbracht wird, dann zahle ich das Geld ja umsonst, weil das bringt ja die Leistung nicht, für die ich es habe. Oder? Also wie wollen wir das sonst anders definieren? Ich meine, bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das anders definieren möchtet, aber dann auch tatsächlich richtig, ne? Und selbst wenn ihr richtig mit den Geräten saugt und wie gesagt, wenn ihr dreimal in der Woche saugt, dreimal alles tauscht, ja? Rechnet doch mal auf 52 Wochen hoch, was das ist. Ich meine hier, können wir mal ganz schnell, das mache ich jetzt nicht im Kopf, da bin ich zu faul zu, ja? Aber 9 Euro die Woche mal 52 Wochen, was das Jahr hat, ja? Da sind wir ja schon bei 468 Euro, 468 Euro, ja? Also da kann ich mir den Hühler auch heute holen und ihn finanzieren auf ein Jahr. Da bin ich ja noch günstiger, als wie, dass ich diese 468 Euro habe. Und wie gesagt, hier ist noch kein Strompreis mit inbegriffen. Hier ist noch nicht mit inbegriffen, dass ihr mega viel Geld für Strom bezahlt. Ich weiß, es sind Centbeträge, aber ihr zahlt in dem Sinne mega viel Geld für was, was nicht erbracht wird. Da finde ich, ist das schon viel, ne? Und das Nächste ist wieder, ne? Denkt immer an die Gesundheit. In der Zeit atmet ihr trotzdem immer weiter die Schadstoffe und die Milmscheiße ein. Und das Nächste ist in der Zeit anders. Wir fangen anders an. Wann ist es sauber für euch? Definiert mal jetzt für euch im Kopf, wann es sauber für euch ist. Es gibt nur zwei Arten. Ich rede hier nicht von steril und keimfrei und ähnlichem, sondern einfach von sauber. Und sauber gibt es nur zwei Arten. Es gibt einmal A, der Dreck ist nicht mehr da. Und B, ich sehe den Dreck nicht mehr. Beides ist okay. Definiert es einfach mal für euch. Aber jeder von euch, der jetzt im Kopf gesagt hat, bei mir ist es sauber oder für mich ist es sauber, wenn der Dreck nicht mehr da ist. Und ihr habt nicht so ein Gerät zu Hause wie ich, dann ist es nicht sauber. Und wenn ihr jetzt sagt, nein, das stimmt nicht, das ist gelogen, dann ladet mich zu euch nach Hause ein und wir prüfen das nach. Ja, und ich bin gerne bereit, wenn ich dann bei euch bin, zu sagen, okay, ich habe falsch gelegen, was aber zu 95, 98 Prozent nicht passieren wird. Es sei denn, ihr habt einen Hühner zu Hause. Ja, okay, dann komme ich und dann sehe ich aber, dann braucht ihr mich ja nicht einladen. Also ihr wollt mal einen Kaffee trinken oder ähnliches. Aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Ja, das ist nur sich selber belügen. Mir ist es egal. Ich habe genug Leute, wo ich hinfahre. Ich habe meinen Hauptjob noch. Ich mache ja gerade die Meisterschule. Das juckt mich nicht. Mir geht es hier nicht ums Geld. Ja, es ist schön, mal ein bisschen was nebenbei nach Hause zu bringen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, jemand in so einer Position, meine Frau verdient auch nicht schlecht. Es geht hier tatsächlich nicht ums Geld. Es ist schön, was nebenbei zu verdienen. Umsonst würde ich das auch nicht machen. Ja, aber ich bin nicht auf Hinz und Kunz angewiesen. Aber vielleicht ist Hinz und Kunz ja auf das, was wir machen, angewiesen. Nicht mal auf mich, sondern auf das, was wir machen. Weil, Leute, guckt mich an. Ehrlich, hätte ich ein bisschen vorher den Schalter umgelegt, hätte ich vielleicht diese ganze Kacke mit meinem Herzen nicht gehabt. Ja? Hätte ich vorher einen ganz anderen, mal drüber nachgedacht und hätte mich einfach ein bisschen anders orientiert, was Ernährung, was sauberes Atmen, Sauberkeit zu Hause, was das alles angeht, hätte ich den Mist vielleicht gar nicht gekriegt. Ja? Wäre ich heute noch voll einsatzfähig, könnte immer noch auf meinen Baustellen rumspringen und da Spaß haben. Ähm, ja? Und könnte wesentlich mehr noch mit dem Kleinen machen, als ich jetzt schon mache. Weil irgendwann fehlt mir einfach die Leistung, wie gesagt, bei 30% Verlust ist halt, das merkt man halt schon irgendwann. Aber es hätte ja auch vorher mal einen Klick machen können. Ja? Das ist, ich weiß, es ist nicht einfach, diesen Schalter umzulegen, aber zumindestens mal fair und ehrlich drüber nachdenken. Und wenn einer sagt, pass auf, für mich ist es sauber, wenn ich den Dreck nicht mehr sehe, ich weiß, er ist da, aber ich sehe ihn nicht mehr, ist für mich sauber, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja? Also nicht denken, ich will hier irgendwen unterbuttern oder über irgendwen herziehen. Nein, das ist vollkommen okay. Aber ihr müsst es für euch festlegen. Aber zu sagen, bei mir ist es sauber. Ja? Und es dann zu leugnen, dass es das nicht ist, das ist nur sich selber belügen, nicht mich. Ja? Ich gucke ab und zu mal die Videos, wenn ich hier mal draufschlage auf diese Sitze, wenn ich hier mal auch mal vergessen habe, die sauber zu machen. Ja? Ich gehe hier durch, ich mache auch das Sofa immer, die Matratze. Die Stühle vergesse ich tatsächlich. Ja? Hier machen wir jetzt auch nicht so viel. Früher haben wir viel gezockt, jetzt sitzen wir hier nicht mehr so viel. Aber, ja, das sind tatsächlich Sachen. Und was ist, was da rauskommt, wenn ich da da mal draufklopfe? Ja? Mögen scheiße. Jedes Mal, wenn wir uns hier hinsetzen, wenn ich die nicht sauber mache, atmen wir die Kacke ein. Genauso wie ihr zu Hause. Deswegen denkt fair und ehrlich darüber nach. Ihr schadet im Endeffekt nachher nur euch. Und, ähm, wie gesagt, 486 Euro, ne? Hatten wir gerade ausgerechnet in dem einen Jahr. Überlegt mal, wann er sich gerechnet hat. Hat er sich ja nach fünf Jahren schon gerechnet. Nach fünf Jahren. Hab da verdient er Geld für euch? Oder hab da spart er Geld für euch? Weil das sind Sachen, die ihr nicht mehr kaufen müsst. Das ist, ähm, Strom, den ihr nicht bezahlen müsst und keine Leistung dafür kriegt. Sondern es ist Strom, den ihr bezahlt und auch die Leistung dafür kriegt. Also nicht, was ihr umsonst bezahlt. Das ist sauberer bei euch und ihr seid hundertprozentig gesünder. Ey, so oft wie wir krank sind im Jahr. Das kann ich nur, da brauche ich nicht mal eine Hand für. Ey, ich habe ein Kindergartenkind, Leute. Ähm, unser Kinderarzt hat schon, oh, wir sehen euch so selten, ihr seid eigentlich. Unser Kind ist ja nie krank. Ja, es liegt nicht nur am Hühler, sondern an dem Ganzen, was wir alles umgestellt haben. Ja, Ernährung, viel draußen, viel Sport, ähm, weniger Stress. Aber der Hühler trägt einen Teil auf jeden Fall dazu mit bei. Ja, und ich würde jetzt einfach behaupten, dadurch, dass ich tatsächlich so mit ihm arbeite, wie ich es auch immer predige, jeden Tag Reizklima da drin, medizinieren mit Tees. Wenn ich merke, äh, es fängt an, dass man anfängt, ein bisschen zu kränkeln, Nase zu, etc. Ja, und ansonsten viel mit Zitronenöl arbeite. Ich denke, ich denke schon, dass das eine ganze Ecke bringt. Was heißt, ich denke, ich weiß es für mich, weil ich sehe es ja auch an meinen Blutwerten, was nicht mehr in meinem Blut ist. Wenn ich alle drei Monate zu meiner Blutkontrolle gehe. Ha, ähm, ja, wie gesagt, ich finde, das solltet ihr für euch natürlich immer selber entscheiden, aber ihr solltet auch fair zu euch selbst sein. Ha? Ja, genau, wenn ihr Bock habt, dass wir öfter mal, ähm, ja, ich sag mal, so eine Talkrunde machen, so wie jetzt, dann lasst doch das gerne in den Kommentaren. Ansonsten schaut gerne mal bei mir auf der Seite vorbei, ja, ähm, verlinke ich euch auch immer unten in der Beschreibung ab jetzt. Und sonst wünsche ich euch fürs Erste einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich wieder loslege. Ähm, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Komm, wir lassen heute einfach los. Der Wodka ist auf Lemmon, ich mach weiter wie gewohnt, mach mir noch ein Drink. Ja, du weißt, wer ich bin, ich bin high von dem Gin und Flick hoch. Ich komm aus der Gegend, du weißt, ja, ich bin kalt und ich leg dich auf Eis. Sie ist wieder drauf und sie dreht sich im Kreis. Guck, wir alle wollen raus, doch der Weg ist noch weich. sociallyα dieta. Okay, ich mache deinen Weg und in der 20. Da?